Herzlich willkommen zu Roten Couch. Ich befinde mich auf der Hannover Messe 2019 am Stand von Friedrich Lütze gemeinsam mit Herrn Roland Schmidt. Er ist Vertriebsleiter Deutschland bei Lütze. Schön, dass Sie da sind, Herr Schmidt. Ja, herzlich willkommen auf dem Stand der Friedrich Lütze GmbH. Sie zeigen dieses Jahr auf der Hannover Messe im Bereich der Industrieleitungen eine ganze Menge an Innovationen. Was sind denn Ihre Highlights? Sehr stolz bin ich auf unsere Leitung Single-Pay-Ethernet-Technologie. Nicht nur, weil wir hier der Erste oder zumindest mal mit der Erste auf dem Markt sind und das anbieten können, sondern wir bieten hier im Bereich Industrie 4.0 die Möglichkeit, weit in die Sensorebene einzutauchen. Das Ganze mit einer sehr kleinen, feinen Leitung in Superflex-Technologie, das heißt für dauerhaft bewegte Anwendungen, sehr robust, sehr klein, sehr leicht, auch kostengünstig. Das Ganze nach dem neuen Ethernet-Standard, sowohl im Stecker als auch in der Übertragungsrate. Gehört zu unserer Superflex-Familie. Die Superflex-Familie zeichnet sich aus für hohe Beweglichkeit, also sprich für dauerhaft bewegte Anwendungen und ist in dem Fall auch sehr klein, sehr leicht, also optimal geeignet für die Schleppkette. Was zeigen Sie im Kabelbereich noch? Jetzt werden wir eine Nummer größer. Jetzt gehen wir auf die Einkabellösung. Einkabellösung bedeutet, Sie haben die Powerlösung, Sie haben die Steuerleitung für die Bremse, aber auch integriert die Ethernet-Leitung für die Datenübertragung. Das Ganze in einer Leitung, auch wieder sehr klein, sehr leicht, auch wieder zur Familie der Superflex-Leitungen gehörend, also für dauerhaft bewegte Anwendungen, optimal für die Schleppkette geeignet. Wir bieten das Ganze natürlich auch konfektioniert an und das ist eine super Lösung für den Maschinen- und Anlagenbau. Ich glaube, Sie haben mir noch weitere Neuheiten zum Thema Kabeldurchführung mitgebracht. Ja, natürlich. Also wenn Sie Leitungen haben, müssen Sie sie auch irgendwo durchführen und da haben wir ganz neu unseren Cablefix. Cablefix ist eine Kabeldurchführung. Mit dieser Zwiebelringtechnologie passen Sie die Dichtung an jeden Kabelquerschnitt an, von 5 bis 29 Millimeter, haben durch den Aufbau einen einzigen Artikel. Das spart Zeit und Geld in der Planung. In der Lagerhaltung und in der Beschaffung. Und vor Ort können Sie dann die Dichtungen abnehmen, beziehungsweise die Zwiebelringe abnehmen und haben die optimale Durchführung für alle Anwendungen. Das spart Zeit, das spart Aufwand, das spart Planungsaufwand. Am besten Dank für die interessanten Einblicke und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag noch.